Jonas? Ich dachte doch, ich hab was gehört. Bist du nicht eigentlich bei den Nilsens? Ist irgendwas passiert? Hey. Ist alles gut? Was ist denn mit deinen Haaren? Ich weiß es. Was weißt du? Ich weiß alles. Was? Ultimate Fistbump? Was? Warum hast du das gerade gesagt? Weil ich es weiß, Papa. Ich weiß alles. Ich weiß, dass dein richtiger Name Michael Newton ist. Es ist okay. Ich weiß es nicht.